Wir haben jetzt rausgefunden, warum uns hier keiner Bitt nimmt. Das war eigentlich so eine Fangfrage. Ich schwöre euch, ich wusste es nicht. Wir trampen vor der Polizeistation. Wie dumm kann man sein? Das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, aber da steht hier Enes Station Gardai oder so. Das heißt auf jeden Fall Polizei. Und ja, hier stehen wir und versuchen nach Enes zu hitchhiken, weil wir sind nämlich in Enes Timmen. Genau. Ja, gut. Nur, dass ihr teilhaben konntet an unserem Abenteuer. Erst versuchen wir in Enes Timmen die Polizei an sich aufzuhalten und jetzt vor der Polizeistation die Richtung.